Ja, nachdem das erste Video ja nicht so stark von der Grafik her war, habe ich jetzt einen Trick herausgefunden. Das ist nämlich mit der Kamera so ein Problem gewesen. Okay, wie man sieht, jetzt kann man sogar fast schon den Effekt lesen. Und jetzt werde ich euch ein paar Einzelkarten zeigen, die ihr natürlich auch mir abkaufen könnt. Und ja, ich gehe da jetzt einfach mal durch. Schaut sie euch an. Und dann schreibt mir einfach, ob ihr Interesse an diesen Karten habt. Das war jetzt auch, da sind jetzt viele Karten von meinem vorherigen Deck drin. Top-Zustand. Kraftrahmen. Man sieht, die rutschen auch noch richtig schön. Die sind kaum benutzt. Auf den alten Dingern würden sie jetzt nicht so gut rutschen. Hier Forseplünderer ist mit 1900 ATK sehr gut. Dann haben wir hier Waschminen. Blitzeinschlag, sehr schöne Karte. Sechserangriff. Gedankenkontrolle. Krieger. So, dann hier. Da haben wir noch ein paar Karten. Die sind jetzt nicht aus meinem Deck. Da haben wir diese hier. Zwillingsskorpion. Ich glaube Tillianisch. Finstere. Skandinchen. Wie schon gesagt, die Karten könnt ihr alle kaufen. Wenn ihr Interesse habt, einfach anschreiben. Dann können wir das ja über die Post regeln. Und ja. So, das war jetzt erstmal ein kurzes Video. In den anderen seht ihr natürlich noch mehr Yu-Gi-Oh! Karten. Und ja. Ciao.